Liebe Zuschauer, aufgepasst! Heute habe ich eine Nachricht, die jeden Rentner in Deutschland elektrisieren wird. Stellen Sie sich vor, 2600 Euro mehr in der Tasche und das jedes Jahr. Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Nun, bleiben Sie dran, denn in diesem Video enthülle ich Olaf Scholz' überraschendes Geschenk an Deutschlands Senioren. Sie werden nicht glauben, was die Regierung für die Bezieher der gesetzlichen Rentenversicherung geplant hat. Sind Sie bereit für diese bahnbrechende Neuigkeit? Dann lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in die Details dieser erstaunlichen Entwicklung. Aber bevor wir loslegen, wenn Sie keine wichtigen Informationen zu Renten und Finanzen verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt meinen Kanal und aktivieren Sie die Glocke. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. In einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten stetig steigen und viele Rentner jeden Cent zweimal umdrehen müssen, kommt diese Nachricht wie ein Lichtblick am Horizont. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Maßnahmenpaket angekündigt, dass die finanzielle Situation von Millionen deutschen Rentnern drastisch verbessern soll. Im Mittelpunkt steht dabei eine jährliche Erhöhung der Renten um sage und schreibe 2600 Euro. Aber was steckt hinter dieser großzügigen Geste? Und vor allem, wie wird sie finanziert? Lassen Sie uns zunächst einen Blick darauf werfen, wie es zu dieser Entscheidung kam. In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass das deutsche Rentensystem vor enormen Herausforderungen steht. Die demografische Entwicklung mit einer alternden Bevölkerung und sinkenden Geburtenzahlen hat das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern aus dem Gleichgewicht gebracht. Viele Experten warnten vor einer drohenden Rentenkrise. Doch anstatt die Situation weiter zu verschärfen, hat die Bundesregierung nun einen mutigen Schritt nach vorn gewagt. Aber was bedeutet diese Erhöhung konkret für den einzelnen Rentner? Stellen Sie sich vor, Sie sind ein durchschnittlicher Bezieher der gesetzlichen Rente. Bisher mussten Sie vielleicht jeden Monat genau kalkulieren, um über die Runden zu kommen. Mit zusätzlichen 216 Euro pro Monat, denn auf diesen Betrag läuft die jährliche Erhöhung von 2600 Euro hinaus, eröffnen sich plötzlich neue Möglichkeiten. Das könnte bedeuten, dass Sie sich endlich den lang ersehmten Urlaub leisten können, notwendige Reparaturen am Haus vornehmen lassen oder einfach mit weniger finanziellen Sorgen durch den Alltag gehen. Doch wie realistisch ist dieses Versprechen? Kritiker mögen einwenden, dass eine solche Erhöhung den Staatshaushalt überfordern würde. Tatsächlich hat die Regierung jedoch einen ausgeklügelten Plan vorgelegt, wie diese Maßnahme finanziert werden soll. Ein wesentlicher Bestandteil ist eine Umstrukturierung des Steuersystems, die eine gerechtere Verteilung der Lasten vorsieht. Großkonzerne und Spitzenverdiener sollen künftig einen höheren Beitrag leisten, um die Rentenerhöhung zu stemmen. Interessanterweise ist dies nicht der einzige Aspekt des Reformpakets. Die Regierung plant gleichzeitig Investitionen in Bildung und Innovation, um die Wirtschaft anzukurbeln und somit langfristig die Finanzierung des Rentensystems zu sichern. Es handelt sich also um einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur kurzfristig Erleichterung bringen, sondern auch die Zukunftsfähigkeit Deutschlands stärken soll. Aber was sagen eigentlich die Betroffenen selbst zu dieser Ankündigung? In den sozialen Medien und auf der Straße herrscht eine Mischung aus Begeisterung und Skepsis. Viele Rentner können ihr Glück kaum fassen und sehen endlich eine Anerkennung ihrer lebenslangen Arbeit. Andere fragen sich, ob es sich nur um ein Wahlkampfmanöver handelt und ob die Versprechungen tatsächlich eingehalten werden. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit verschiedenen Experten gesprochen. Prof. Dr. Maria Schmidt, renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität München, sieht in dem Vorhaben durchaus Potenzial, wenn die Finanzierung tatsächlich so umgesetzt wird, wie es die Regierung plant, könnte dies nicht nur den Rentnern helfen, sondern auch positive Auswirkungen auf die Binnennachfrage haben. Das wiederum könnte die Wirtschaft insgesamt stärken. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Der Finanzexperte Thomas Müller warnt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die jüngere Generation überfordern. Eine solche Rentenerhöhung muss Hand in Hand gehen mit Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitsmarktes und zur Förderung von Innovationen. Diese kontroversen Meinungen werfen natürlich weitere Fragen auf. Wie wird sich diese Maßnahme auf den Arbeitsmarkt auswirken? Werden jüngere Arbeitnehmer dadurch motiviert, mehr in die Rentenkasse einzuzahlen, oder fühlen sie sich überfordert? Und was bedeutet das für die zukünftige Entwicklung des Rentensystems insgesamt? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein Blick ins Ausland. Andere europäische Länder wie Schweden oder die Niederlande haben in den vergangenen Jahren innovative Rentenmodelle eingeführt, die sowohl die Interessen der älteren als auch der jüngeren Generation berücksichtigen. Könnte Deutschland von diesen Erfahrungen profitieren? Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Frage, wie sich diese Rentenerhöhung auf die Wirtschaft auswirken wird. Ökonomen sprechen von einem möglichen Silberboom. Die Idee dahinter, wenn Rentner mehr Geld zur Verfügung haben, geben sie auch mehr aus. Das könnte zu einer Belebung des Konsums führen, wovon wiederum lokale Geschäfte und Dienstleister profitieren würden. Einige Experten sehen darin sogar einen möglichen Konjunkturmotor für strukturschwache Regionen, in denen der Anteil älterer Menschen besonders hoch ist. Doch wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus? Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales soll die Erhöhung schrittweise über einen Zeitraum von drei Jahren eingeführt werden. Dies soll nicht nur die finanzielle Belastung für den Staatshaushalt verteilen, sondern auch mögliche inflationäre Effekte abmildern. Aber was bedeutet das für Sie als Rentner? Müssen Sie aktiv werden, um von der Erhöhung zu profitieren, oder erfolgt alles automatisch? Die gute Nachricht ist, Sie müssen nichts unternehmen. Die Rentenversicherung wird die Erhöhung automatisch berechnen und Ihrem monatlichen Betrag hinzufügen. Allerdings empfehlen Experten, die eigene finanzielle Situation neu zu bewerten. Mit dem zusätzlichen Einkommen könnten sich beispielsweise neue Möglichkeiten für Investitionen oder Versicherungen ergeben. Ein weiterer Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion oft übersehen wird, ist die psychologische Wirkung dieser Maßnahme. Viele Rentner fühlen sich in unserer schnellliebigen, digitalisierten Welt oft abgehängt oder nicht wertgeschätzt. Eine solch signifikante Rentenerhöhung könnte als Zeichen der Anerkennung verstanden werden und das Selbstwertgefühl vieler älterer Menschen stärken. Dies wiederum könnte zu einer aktiveren Teilnahme am gesellschaftlichen Leben führen, ein nicht zu unterschätzender Faktor für den sozialen Zusammenhalt. Aber was ist mit denjenigen, die kurz vor dem Renteneintritt stehen? Wie wirkt sich die Ankündigung auf ihre Planung aus? Experten raten, trotz der positiven Nachrichten die eigene Altersvorsorge nicht zu vernachlässigen. Denn obwohl die angekündigte Erhöhung beeindruckend klingt, bleibt es wichtig, auf mehreren Säulen zu stehen, um im Alter finanziell abgesichert zu sein. Ein interessanter Nebeneffekt der Diskussion um die Rentenerhöhung ist das wiedererwachte Interesse vieler jüngerer Menschen am Thema Altersvorsorge. In den sozialen Medien teilen plötzlich auch Millenials und die Generation Z ihre Gedanken zur Rente. Könnte dies der Beginn eines generationenübergreifenden Dialogs über die Zukunft unseres Sozialsystems sein? Doch zurück zur konkreten Umsetzung, wie genau soll die Erhöhung finanziert werden? Neben der bereits erwähnten Umstrukturierung des Steuersystems plant die Regierung auch, stärker in zukunftsträchtige Technologien zu investieren. Die Idee dahinter, durch die Förderung von Innovationen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und Biotechnologie soll die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt werden. Die daraus resultierenden Wirtschaftsgewinne sollen dann teilweise in die Rentenfinanzierung fließen. Kritiker argumentieren jedoch, dass dies ein riskantes Unterfangen sei. Was, wenn die erhofften wirtschaftlichen Erfolge ausbleiben? Könnte dies zu einer noch größeren Belastung für zukünftige Generationen führen? Diese Bedenken nimmt die Regierung ernst und hat daher einen Notfallplan entwickelt, der Anpassungen vorsieht, falls die wirtschaftliche Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ein weiterer Punkt, der in der Debatte oft übersehen wird, ist die Frage der Gerechtigkeit innerhalb der Rentnergruppe selbst. Nicht alle Rentner werden von der Erhöhung gleichermaßen profitieren. Diejenigen mit sehr niedrigen Renten werden prozentual am meisten von der Erhöhung profitieren, während sie für Bezieher höherer Renten verhältnismäßig weniger ins Gewicht fällt. Ist das fair? Oder sollte es eine gestaffelte Erhöhung geben? Diese Frage führt uns zu einem größeren gesellschaftlichen Thema, der Altersarmut. Obwohl die angekündigte Erhöhung für viele eine erhebliche Verbesserung darstellt, wird sie allein nicht ausreichen, um das Problem der Altersarmut vollständig zu lösen. Hier sind weiterhin zusätzliche Maßnahmen und ein ganzheitlicher Ansatz gefragt. Interessanterweise hat die Ankündigung der Rentenerhöhung auch zu einer Debatte über den Lebensstil im Alter geführt. Viele Menschen überdenken nun ihre Pläne für den Ruhestand. Einige sprechen davon, endlich lang gehegte Träume zu verwirklichen, sei es eine Weltreise oder das Erlernen eines neuen Hobbys. Andere planen, das zusätzliche Geld in ihre Gesundheit zu investieren oder es für ihre Enkel zurückzulegen. Diese Vielfalt an Reaktionen zeigt, wie individuell die Bedürfnisse und Wünsche im Alter sind. Doch was bedeutet die Rentenerhöhung für die Wirtschaft als Ganzes? Ökonomen diskutieren lebhaft über die möglichen Auswirkungen. Einige sehen darin einen willkommenen Konjunkturimpuls, besonders für den Dienstleistungssektor und den lokalen Einzelhandel. Andere warnen vor möglichen inflationären Tendenzen, wenn plötzlich mehr Geld im Umlauf ist. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und es wird spannend sein zu beobachten, wie sich die Dynamik entwickelt. Ein Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion bisher wenig Beachtung gefunden hat, ist die mögliche Auswirkung auf den Arbeitsmarkt für Senioren. Könnte die verbesserte finanzielle Situation dazu führen, dass mehr Rentner sich entscheiden, einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, nicht aus finanzieller Not, sondern aus Freude an der Tätigkeit? Dies könnte interessante Perspektiven für den Arbeitsmarkt eröffnen und gleichzeitig dem oft beklagten Fachkräftemangel entgegenwirken. Abschließend lässt sich sagen, dass Olaf Scholz Überraschung für Senioren weit mehr ist als nur eine simple Rentenerhöhung. Es handelt sich um einen komplexen Eingriff in das soziale und wirtschaftliche Gefüge unseres Landes, dessen Auswirkungen wir in den kommenden Jahren genau beobachten müssen. Die Erhöhung um 2600 Euro jährlich für Bezieher der gesetzlichen Rentenversicherung ist zweifellos ein mutiger Schritt, der das Potenzial hat, das Leben vieler Menschen zum Positiven zu verändern. Doch wie bei allen großen Veränderungen bleiben Fragen offen, wird die Finanzierung langfristig tragfähig sein? Wie wird sich das Verhältnis zwischen den Generationen entwickeln? Und wird diese Maßnahme tatsächlich zu mehr Gerechtigkeit und Wohlstand für alle führen? Eines ist sicher, die Diskussion um die Zukunft unseres Rentensystems ist mit dieser Ankündigung neu entfacht worden. Es liegt nun an uns allen Jung und Alt gemeinsam Lösungen zu finden, die eine faire und sichere Altersversorgung für alle Generationen gewährleisten. Was denken Sie über diese Entwicklung? Wie wird sie Ihr Leben oder das Ihrer Angehörigen beeinflussen? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren mit uns. Und wenn Sie keine wichtigen Updates zu diesem Thema verpassen möchten, abonnieren Sie meinen Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Gemeinsam bleiben wir am Puls der Zeit und diskutieren die Themen, die unser aller Zukunft betreffen. Bis zum nächsten Mal bleiben Sie informiert und vor allem, bleiben Sie neugierig! langentsböulein. Untertitelung des ZDF, 2020